Max Allen Collins Der Klang einer schlagenden Hand Eine Batman- und Robin-Geschichte Der Joker saß auf seinem Spielkartenthron hinter einem grotesken Schreibtisch und runzelte die Stirn. Sein Stirnrunzeln war so übertrieben wie sonst ein berühmtes Grinsen, und es spiegelte sowohl emotionalen als auch körperlichen Schmerz. Einem Gesicht, das bei einem lange zurückliegenden Säurebad zu einem Grinsen erstarrt war, ein Stirnrunzeln abzuringen, erfordert Mühe und Konzentration. Bei solchen seltenen Gelegenheiten, wenn der Joker deprimiert war, wenn es keine Nachrichten von weltweiten Katastrophen, von Schulbus-Kollisionen oder Giftmüllskandalen gab, die ihn hätten aufheitern können, musste er schwer an seiner Verzweiflung arbeiten. »Welchen Sinn hat das alles?«, grübelte der weißgesichtige, grünhaarige Psychotiker in der purpurfarbenen Jacke. »Wo ist die Freude in meinem Leben?« Er stand auf und schritt umher und sprach zu sich. »Die Sinnlosigkeit meiner Existenz ist ganz und gar nicht zum Lachen.« Er kehrte zu seinem Thron zurück, seine Züge entspannten sich, er schüttelte seinen Kopf und rang seine in purpuren Handschuhen steckenden Hände. Die öde Burg, von der aus dieser melancholische Monarch regierte, war eine heruntergekommene, verlassene Spielzeugfabrik in der Nähe einer Slum-Gegend namens Crime Alley. Jester Novelty Company war vor Jahren pleite gegangen und das Gelände wartete auf den Abbruch, ebenso in Misskredit stehend wie ihr derzeitiger Bewohner, der von jedem Gesetzeshüter auf städtischer, staatlicher und Bundesebene gesucht wurde. Aber das Innere der alten Fabrik war erheblich erfreulicher. In dieser regnerischen Gotham-Nacht saß der Clown-Prinz des Verbrechens, verstimmt auf einem übergroßen Thron. Die Innenmauern der abbruchreifen Fabrik waren farbenprächtig, wenn auch nicht normal, mit übergroßen Spielkarten samt und sonders Joker bedeckt und die knallgelbe Tapete war mit Herzen, Piken, Kreuzen und Karos übersät. Nein, es war nicht seine Burg, die ihn deprimierte, es war sein Königreich selbst, das das spaßige Gemüt des wahnsinnigen Teufels verdüstert hatte, ein Königreich des Geistes, in dem ein Possenreißer regierte. Der Boss ist echt deprimiert, sagte Kenison, ein unersetzter Ganofe in einem langen, protzigen Überzieher und einer schwarzen Strickmütze. Ich fürchte, der Boss steckt in der Midlife-Krise. Das ist nur ein Teil des Problems, sagte ein zweiter Ganofe zurück, ein Bobcat-Goldman, ein schlampiges, nervöses Frack mit zerrissenem Sweatshirt und Tennisschuhen. Der Brief, den der Pinguin dem Boss geschickt hat, um ihn zu ärgern, indem er damit prahlt, wie viel Freude es ihm macht, verliebt zu sein, hat ihn echt, du weißt schon, mies draufgebracht. Gerade eben stand der Joker mürrisch und voller Selbstmitleid hinter seinem Schreibtisch und las den Brief wohl zum tausendsten Mal. Der Pinguin hatte per Annonce seine wahre Liebe gefunden, Dovina, eine Freundschaft, die im Club der einsamen Herzen begonnen hatte und zur Romanze erblüht war. »Wenn diese smoking-tragende Niete ihr Glück finden kann,« überlegte der Joker laut und verbittert, »warum kann ich es dann nicht?« Der Joker blickte voller Selbstmitleid zum Himmel und beschwor seine erhebliche Macht des Selbstmitleids. Theatralisch deutete er auf sich, ein viertklassiger Schauspieler, ein schmüeren Komödiant in der Rolle des Hamlets. »Ihr stehe ich am Scheidepunkt meines Lebens. Und was hat es mir noch zu geben?« Kennissen machte einen zögernden Schritt nach vorn. »Sie hatten eine brillante Karriere, Boss.« »Nun ja, das stimmt,« sagte der Joker geistesabwesend, während er beiläufig drei harte Kugeln aufhob, nicht unähnlich denen, die man im Korkett-Spiel verwendet, und damit zu jonglieren begann. »Ja, Joker,« sagte Bobcat mit einem stupiden, nervösen Grinsen, »du hattest echt ein herrliches Leben.« »Stimmt ebenfalls,« gab der Joker zu und jonglierte mit trägem Geschick. »Aber wen habe ich, mit dem ich es teilen könnte?« Kennissen warf einen flüchtigen Blick zu Bobcat, gestikulierte mit den Händen und wagte die Frage. »Uns?« Es war ein Wagnis, dass es sich nicht lohnte, einzugehen. »Genau meine Rede,« schnaubte der Joker verächtlich und warf die harten Kugeln heftig nach den beiden Ganoven, die in die dunkleren Winkel des Lagerraumhauses davon eilten, wobei eine der Kugeln vom Kopf des zusammenzuckenden Bobcat abprallte. »Wo ist die weibliche Gesellschaft, die meinem Leben Erfüllung geben könnte?« fragte der Joker den Himmel oder, um genauer zu sein, das Himmelslicht. »Wo sind die Nachkommen, die meine große Tradition in die Zukunft tragen könnten?« Die langen Beine des Jokers blitzten auf wie Schwerter in einem Duell, als er aufgeregt sein inneres Heiligtum verließ und einen Korridor entlang ging, wo die gerahmten Porträts berühmter Komiker, von Eddie Cantor bis Steve Martin, schräg an den Wänden hingen. Seine zwei Handlanger schlossen sich ihm an, aber in sicherer Entfernung. »Boss«, sagte Kennissen, »du musst wieder fröhlich werden. Wir müssen wieder an die Arbeit.« »Wir haben seit Wochen keinen Job mehr an Land gezogen,« sagte Bobcat. »Wir sind pleite!« Der Joker blickte kurz mit tragischem Selbstmitleid zu ihnen hin, während er den dunklen, schützenden Schoß seines Vorführraums betrat. »Überlasst mich meiner Einsamkeit!« sagte der Joker. »Vielleicht wird Rodney mir den Weg hinaus aus dem Sumpf der Verzweiflung zeigen.« Der Joker setzte sich in seinen persönlichen Theatersessel und holte das Abbild von Rodney Dangerfield auf den riesigen Fernsehschirm vor ihm. Als Rodney an seinem Schlips zupfte und sich über den Mangel an Respekt beschwerte, den man ihm entgegenbrachte, blieb der Joker ungerührt. »Ich habe meinem Doktor erzählt, ich wollte eine zweite Meinung,« sagte Rodney. »Er meinte, okay, die sind hässlich!« »Bah!« machte der Joker und löschte den Schirm mit seiner Fernbedienung. »Selbst der große Rodney bereitet mir heute keine Erleichterung.« 話 »Verstehen, es kamen, es kamen immer woanders ab. « Vielen Dank.